ach man das ist so strange dass nur auf den gittern geräusche macht sozusagen die die gegner hören können es ist halt echt strange da muss ich jetzt habe ja diese minen dinge jetzt in der hand hier an der axt okay easy hier vorbeifliegen kommt sie zu das so dann ballern wir den gleich weg haben kugeln für uns hier oder so jetzt ballern wir erst weg und gehen dann darüber warte schnell weg komme das ist nicht gezählt gott sei dank hey wahnsinn wo ich will es auch glaube ich ein bisschen bisschen forsch dort vorgegangen muss ich gestehen das ist auch immer so wenn das dann noch mal machen muss noch mal machen muss das ist einfach nervig das ist was und den anderen mache ich auch einfach nur aus rache und wird mich hier nicht noch einer irgendwie von hinten erwischt so ich habe noch 300 sekunden easy was für drecksäcke ich hätte mir erst ins knie schießen sollen damit es richtig weh tut ich habe nicht den einen vergessen der wieder abgammelt der mich auch schön durch die gitter sieht und ich ihn wahrscheinlich nicht damit ich treffen kann sich aber behaupten wie ich das spiel kenne also schnell das hat er mich ja we dann werden hier Wie viele Hunden dreht der da nur noch? Jetzt keine mehr. Egal, komm runter, 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 runter. Wer weiß, was er noch machen muss. Ich weiß es nämlich nicht mehr. 236. Okay. Riton, Blisken. Hör auf. Was ist es? Ich schaue es. Schaue es für was? Der Mann hat mein Nummer. Ein Prozentscheidungssträger. Mikrowave. M-Mikrowave? Mit einer 7-Foot-Range. Es ist nicht eine Technik, ich sagte ihm. Nichts war das Multi-Bomb-Bubi-Trap. Es sieht aus, dass er fast über mich hat, wie ich als Explosives Technik geht. As für den Rest? Pete, get the hell out of there. Es ist mehr als 30 Sekunden. Es ist zu late. Nein! Blisken, geht weg von Strut-Age as fast as you can. Pete! Riton! Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. Hm. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Ah, das ist jetzt mehr weg als nur das Bein. Ach so, warte, 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 warte. Jetzt muss ich das Ding noch finden, ne? Ja, das Geräusch. Warte mal, ich... Hier? Hier? Müsste ich nicht mal was hören? Das ist noch schön diese Kiefer, ey. Irgendwas höre ich, aber ich glaube, das ist nicht das, was ich hören sollte. Okay, cool. Das war schon mal... Falsch. Äh... Äh... Wo ist das Ding? Warte, ich ruf jemanden an. Äh... Keine Antwort. Toll. Colonel, Stillman ist tot. Ich weiß. Bist du dich zusammen, Riton. Ich kann nicht. Ich kann nicht das alleine. Jack, du hörst. All right, calm down. Stillman ist tot. There are no more explosive specialists. You're fine. I won't let you die. Rose. All right, then. Is Sensor B equipped? Ja. Sensor B? Äh... See if it responds or not. Jack, no matter what, you have to bring an end to this crisis. Okay. I don't know. Ah,神. Musik Was? Geht er rein? Musik Ah ja, das braue ich jetzt nicht. Wohl auftauchen, wäre nicht schlecht gewesen. Ist da ruhig grad wahr oder? Oh Gott dammit. Ja, vier Sekunden, das wird der wohl nix werden. Ich hoffe, ich muss nicht alles nochmal machen. Was soll das denn sein? Also ich hätte jetzt gesagt, bei diesem komischen Tauchanzug, da komme ich ja nicht hin. Im Wasser scheint es auch nicht zu sein. An dem Boot! An dem scheiß Boot ist es. Komm, komm, komm! Da! Irgendwo da! Okay, warte. Okay, warte. Andere Seite. Hohly shit! Das ist ja wie im Film, ey! Meine Fresse. Shell 1 war unaffected, der Preis war hoch, aber die Gefahr der Bombe ist für heute vorbei. Was ist das nächste Objektiv? Rescute den Präsidenten. Geh zurück zum auferen Level. Röger das. Die Terroristen haben uns für unsere Bombe neutralisiert. Was? Ein Hostage wurde getötet. Sie hat in die Hände geschaut. Sie haben einen auf dem Rücken, um zu sicherzustellen, dass wir ihn verletzten. Ein unserer Satelliten verletzten es klar als Tag. Verdammt! Sie haben einen Verletzten zu verletzten, jeden Tag von heute. Was sind meine Verletzten? Was soll ich tun? Bleiben mit Ihrem Objektiv des Missions. Rescute den Präsidenten. Was ist die anderen Hostage? Präsident Johnson ist die erste Priorität. Priorität, mein Gott. Sie sind alle in gefährlich. Jeff, sei rechtlich. Ich weiß, was du fühlst, aber du kannst sie nicht schützen. Nein, nicht von mir selbst. Wirst du diesen Plissken kommen? Nun... Sie sehen, dass er seine Radio hat, auch. Ich kann nicht diese Mission von mir selbst. Dieser Mann war nicht in der Simulation. Er ist kein Faktor in dieser Mission. Was bedeutet das, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the President. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Now I get to the upper level of Strut A. Then I get to the upper level of Strut A. Then I get to the upper level of Strut A. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Bullcrap. That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. My name is fortune. Lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry. Kill me please. I find the music from her so cool. Also das, was da gerade lief. So, warte mal. Wie war das nochmal bei ihr? Schießen? Kannst knicken? Äh, was? Kann ich nicht... Hat die meine Chef gekillt? Wieso kann ich da nicht hin? Äh, okay. Warte. Die Musik gefällt mir echt gut bei den Bossfights. Buffsfights. Ha. Ich kann sie nicht treffen. Ich weiß, wie er hinfliegt. Die Chef hat auch nichts gebracht. Was dann? Hat das irgendwas mit Feuer hier? Rydon? Fatman? 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 Fatman called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, Rydon. What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun. How much time do I have left? I'll show you the countdown. Four hundred seconds remaining. So he's planning on taking this place. Okay, da kann ich mich geistern, dass das so ätzend war, ey. What about Thakka? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. I'll take over, Queen. It seems our friend Fatman is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes. This could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotype of that bomb now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. Alright. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one. Really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Later. Then. Now! Now! Headshot. Headshot. Nooooooo. Oh! Damn! Them! Are you gone? No. No, that death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? You've punished me enough. Mom. 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 Mom.